Wie du satte 10% auf Capsules sparst, erkläre ich dir in aller Kürze jetzt. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, wir launchen heute unsere schwarzen Capsules. Endlich, ich kann es kaum erwarten. Es war ein langer Prozess. Wir haben daran gearbeitet, dass die Rodierung der schwarzen Kugeln auch uns Anglern gerecht ist. Wir wollten diese schwarzen Armbänder eigentlich schon letztes Jahr als allererste Capsules gelauncht haben. Aber kurz vor Launch haben wir festgestellt, dass an einem Teil der Kugeln die Farbe zu empfindlich ist. Wir haben das nochmal komplett überarbeiten lassen, haben dann die silbernen vorgezogen. Und jetzt nach einem Jahr ist die ganze Geschichte endlich ausgereift, sodass sie auch unseren Ansprüchen am Wasser genügt. Die Teile sehen ultra geil aus, wirklich ultra edel. Guck mal. Gibt es in allen Versionen, die wir haben. Also als Target, als Capicama und natürlich auch den Capistringer. Alles in schwarz, black in black, purer Rock'n'Roll mit einer Kugel oder auch. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr satte 10% nicht nur auf die neuen schwarzen, sondern auf alle Cap-Jules bekommen könnt. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich kinderleicht. Ihr als Cap-Club-Mitglied meldet euch einfach wie gewohnt in eurem Mitgliederbereich an. Hier oben habt ihr euren Anmeldebereich, dort gebt ihr eure Daten ein. Und meldet euch an. Kennt ihr ja schon, ansonsten hättet ihr die vielen tollen Inhalte von Capzilla Plus noch gar nicht genießen können. Dann geht ihr auf mein Konto und dort findet ihr neben eurem Namen auch eure Mitgliedsnummer. Diese Mitgliedsnummer kopiert ihr einfach. Dann habt ihr hier euren Einkaufskorb, den habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Und gebt in das Rabattcode-Feld. Jetzt seid ihr fast schon fertig. Hier unten schlägt er mir es vor, weil ich es vorhin schon mal getestet habe. Wir geben noch Minus und J-W-L-S für Jules ein. Drücken auf Anwenden und siehe da, bam. Wir sparen an diesen zwei Armbändern satte 17,99 Euro. 10% vom Warenwert. Das heißt, ihr könnt natürlich auch mehrere Jules einkaufen. Und es gilt nicht nur für die Schwarzen, sondern auch für die Silbernen. Tja, so einfach ist das Ganze. Gebt eure Mitgliedernummer ein, Minus, Jules und schon bekommt ihr 10%. Viel Spaß beim Shoppen. Vielen Dank.